Ja hallo und herzlich willkommen zum ersten waschechten Halloween Event in Star Trek Online. Wir haben ja bereits die ein oder andere gruselige Mission gesehen, mein Liebling voran, ohne gerade zu wissen wie sie heißt, mit dem verrückten Hologramm. Und die letzten Jahre haben wir uns ja immer wieder mit derselben Mission beglückt, jeweils zu Halloween und Freitag der 13. Und hier hat man jetzt mal auf die Community gehört, die seit langem schon sagt, wir wollen mal was anderes und hat gleich einen Event daraus gemacht. Momentan, ja also mit einem 14-tägigen Ereignis, mit einer Belohnung, beziehungsweise ein Event, wo man 14 mal Fortschritt sammeln muss. Glaube ich länger als zwei Wochen, das wäre ja sonst alles ein bisschen knapp, wenn man mal ausfällt, zwischendurch sei es drum. Das Ganze also tatsächlich ein richtiges Ereignis gebettet und so ähnlich wie beim Tag des ersten Kontakts, drei Wochen dauert es genau, gibt es jetzt erstmal eine einzelne Aktivität, aber in den kommenden Jahren soll das Ganze hier stetig ausgebaut werden. So und dieses Jahr werden wir als Käpt'n wohl zu einem uralen Schloss auf Pyrrhus VII gebracht. Und da geht es gegen klassische Aliens aus der Episode Das Spukschloss im Weltall, was der ein oder andere vielleicht noch aus der Originalserien kennt. Die alten, so heißen die Aliens, sind zurückgekehrt, um die Menschen zu studieren. Und jedoch wurden ihre Pläne aber von den Dividianern gestellt. Interessante Mischung. Und wir müssen jetzt den Weg durch die Dunkelheit und den Schrecken durch einige gruselige Bösewichte finden in dieser als Boden-STF gestalteten Mission. Ich habe drüber schon mal mit ein paar Leuten unterhalten und gelesen. Ist wohl stellenweise gar nicht so einfach. Man muss ja so ein paar Mechaniken beachten. Zumindest am Anfang des Events sind Leute aber da wie verrückt rumgerannt, haben nicht drauf geachtet, was die Mission wohl ein bisschen schwierig in Anführungszeichen gemacht haben soll. Ich lasse mich mal überraschen. Ich war ja selber auch noch nicht drin. Und jetzt werde ich der Noob sein, während die anderen sich mittlerweile, während der Event sich langsam dem Ende nähert, hier schon bestimmt ihre Erfahrungen gesammelt haben. So, saisonales Ereignis. Halloween. Ist es nur Einbildung oder fühlt sich der Weltraum in diesen Tagen ein wenig kälter an? Ein spukhaftes Ereignis bahnt sich an. Ich kenne nur spukhafte Fernwirkungen. Und damit einher geht ein neues Einsatzkommando. Katzengeschichte. Spielen sie jeden Tag, um sich den Hauptpreis zu verdienen. Das Universalkitmodul Verwandlungsstab und erfolgreiche Käpt'n zerhalten noch den Prestigebegleiter Alter, der entsprechend spukhaft ist. Ich werde hier auf keinen Fall mehr die entsprechenden Marken sammeln können, aber wir gucken gleich trotzdem mal schnell. So, nachdem man den Hauptpreis erhalten hat, wie schon immer, kann man noch weiterspielen und bekommt noch mal ein bisschen Belohnungen. So, Belohnungsinformation. Universalkitmodul Transmuterwand. Und das ist irgendwie so ein Verwandlungsstab. Das ist der Begleiter. Und es gibt noch Einsatzkommando und Blickpunkt. Belohnungsgeschichten. Das Ganze ist wie immer auch mit Zen zu kaufen. 2000 Zen. In Ordnung, muss jeder selber entscheiden. Es wird gleich ein bisschen weniger. Sofern wir denn diese Mission schaffen. So, genug des Vorgeplänkels in diesem Star Trek Online Halloween Special. Wir treten dem Einsatzkommando bei. Chat habe ich bewusst aus. Damit ich die Wüstenbeschimpfung hier auch nicht lesen muss. Aber dass man nur eine Bodenmission zur Auswahl hat in einem Event, ist glaube ich einmalig, oder? Also in so einem länger andauernden Event. Halloween Ereignis-Titel. Spielen Sie das Ereignis im Platzhalter. Haben Sie mir gezeigt. Das macht mich nicht hoffnungsvoll. Sie sind gekommen und geraten noch rechtzeitig. Die Vigianer haben zwei meiner Begleiter gefangen. Sie haben unseren Transmuter genommen. Damit dürfen Sie nicht durchkommen. Wo sind die Vigianer? Sie haben einen Teil des Schlosses unter ihre Kontrolle gebracht. Den Transmuter abgeriegelt. Ihre Anfänger versuchen den Willen meiner Begleiter zu. Ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Counter. Und die können wir helfen. Besuchen Sie den Rest des Schlosses und befreien Sie meine Freunde Livia und Toluk. Wenn wir Artefakte kombinieren, dann passiert irgendwas. Da hatte ich jetzt nicht genug Zeit, um in Ruhe zu leben. Ich folge einfach mal den anderen. Die können, glaube ich, nur verletzt werden, wenn sie im Kreis sind, oder? Ich weiß nicht. Die Beine sind gerade leider kaputt. Die Tür offen. Die Mechanik kennen wir ja schon aus einer der letzten Story-Missionen. So, in die Kreise mit euch. Weiter suchen, suchen, suchen. Die Kerzen anzünden. Das machen die anderen schon schön. Richtig, richtig, richtig. Raum für Raum. Oder Drepscher vor Drepscher wieder alle in das Set. Richtig, richtig. Artefakte bergen und Libyaretten. Oh, ja, 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 was los? Na, bleibt schön. Im Kreis. ich glaube man leviat schon gerettet, nein, es ist leviatet hier unten gibt es hier einen Trailer, ein dunkles Gerot, macht nix, ne, was kommt hier raus so, wie retten wir leviat jetzt oder müssen wir da hinten durch das ist eine katze, eine schwarze katze, so hier kommen wir aber nicht weiter momentan ich kann vielleicht mal irgendwelche kerzen anzünden oder sonst irgendwie im blutopfer bringen was fehlt da irgendwas vergessen unterwegs lauf nochmal zurück, so können wir das schöne ambiente des schlosses genießen Herze ist an, Herze ist an na gut, wir wären sonst gar nicht weiter gekommen oder sind wir hier auf einen Bug gelaufen ein Fehler gelaufen, der so nicht sein sollte oh, irgendwas passiert da, jetzt geht es weiter, aber da hinten woran auch immer es gelegen hat ich will die schuld ja gar nicht dem spiel zuschreiben wahrscheinlich war einer von uns zu doof und zweifel ich oh, wir wollen hier auch nicht rein, boah noch mal ein paar neue funktionen ausprobieren ich habe ein bisschen was an meinen kit modulen geändert falls euch wundert, was ich da zwischendurch treibe danke, dass wir mich gerettet haben, das werde ich Ihnen nicht vergessen ich will das Licht der Kerze, sie in den dunkelsten Stunden leiden bei allen sicht der Anführer unserer Gegner hat mit dem Moment nervigend zu muttern die sind aber schnuckelig, so, Davidiana aufhalten wenn sie bereit sind die Kerze muss auf die Plattform gestellt werden kombiniert mit Glocke und Kuh, wird die Barriere entfernt so, schicken sie mich jetzt keine Zeit lange zu lesen und zwar passe ich hier den Anschluss wie zum, okay, gegen unsere kleinen Spielzeuge wir hören Schritte wo haben wir doch gerade okay, den Hexenzirkel erraufen jetzt könnte ich eine Taschenlampe gebrauchen wo sind die anderen hin? Hexenzirkel erraufen hexenzirkel erraufen hexenzirkel erraufen so, hier, große Buch der Wortspiele nehmen ok, das Buch muss kombiniert werden mit du hast die falsche Wahl getroffen das habe ich ihn jetzt falsch gemacht ich finde sie klar, bauter Männer der Weg ist frei, welcher Weg? ich blieb es noch nicht so ganz aber auf jeden Fall mal interessant die Travellerinnen zurück beware our curse wind shall rock and fog to stand so we here all on meet your end so, was war es jetzt? miau hexenzirkel erraufen diesmal folge ich nicht mehr meinem Mitspieler scheint keine Ahnung zu haben was, bleiben sie zurück einer meiner Crewmitglieder-Kameraden ist an eine schwarze Katze verwendet worden ich soll zurückbleiben, damit es mir nicht genauso geht warum sollte ich das denn tun? du wolltest mir doch bloß Angst machen du wolltest mir bloß Angst machen wow aber ich habe mich verlaufen wir müssen hier irgendwo sein wir müssen hier irgendwo sein ein Schimmer, wo sind sie denn? Polo-Keräte, da hätte ich mich irgendwo hinbeben müssen aber hier ist zumindest mal jemand ja, Hexe den Schädel treffen ok, da habe ich ja gerade noch mitgeholfen ja, wir müssen uns schon wieder weihe das ist das aus meiner lieblingsmission ha sag bloß das verrückte hologramm ist hier ich werde verrückt alles ist platziert doch bloß das verrückte hologramm ist hier ja, Lieblingsstory würde ich jetzt nicht sagen aber eine der eine der gruseligsten gruseligsten von Haus aus schon besser als die bisherige Halloween-Story-Mission die es bisher gab ein Kamerad wurde aus der Phase verschoben ich laufe schon wieder irgendwo, irgendwo lang im Grunde haben wir hier gar keinen Zeitdruck aber Leute wollen natürlich irgendwann nur noch schnell durch ich würde mich lieber in Ruhe umgucken und in Ruhe die Geschichte lesen aber das ist natürlich bei so einer so einem Einsatzkommande schwierig ich erzähle hinterher noch was dazu ok, die Dividianer Dividianer besiegen, Operation abgeschlossen wir haben es geschafft, die Welt ist sicher und sie bedanken sich recht herzlich gut, wir haben uns geschlagen ok jetzt haben wir die Chance und ich erwähne jetzt mal zwei Minuten in Ruhe umzugucken und mal ein bisschen hin und her zu laufen was ich gerade sagen wollte es ist zwar schön dass das Ganze hier ein Einsatzkommandos die Kulissen kommen mir übrigens bekannt vor aus einer Story-Mission noch nicht so alt ist da hat man wohl die Gelegenheit genutzt und ein bisschen Recycling betrieben was ich aber sagen wollte ist vielleicht wäre es als Story-Mission doch besser ganz in Ruhe man hat natürlich hier auch Hektik in so einem Einsatzkommando wo man mit anderen Leuten zusammenspielt im Vergleich zu einer Geschichte die erzählt wird und in der Geschichte wo man ganz für sich alleine unterwegs ist kann man vielleicht auch sagen wir mal ein bisschen gruseliger atmosphärischer geplanter zur Sache ich hoffe ihr wisst was ich meine könnt mich aber gerne eure Meinung zu dem Thema auch mal in den Kommentaren wissen lassen und wenn es euch gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr Bock habt ich glaube die Dividianer Mission gibt es ja noch und ich glaube diese Bonnekin Bonnekin verrückte Hologrammission ich finde noch raus wie sie heißt oder ihr lasst mich mal wissen die können wir natürlich auch noch mal spielen in einem kleinen Special lasst mich doch einfach mal wissen ob ihr da Bock drauf habt wenn ihr keinen Bock habt in die Kommentare zu schreiben oder selbst wenn könnt ihr mich doch auch gerne mal auf Discord besuchen nämlich discord.jasondux.de ja ich weiß nicht ganz genau was ich hier für ein Fazit ziehen soll äh zu dieser Mission es ist nicht besonders schwer es war jetzt glaube ich nicht ganz so chaotisch ähm als eh so wie ich es ähm gehört hatte aber es liegt vielleicht daran dass der Event schon eine ganze Weile läuft deswegen die meisten die Mission auch schon ein paar Mal gespielt haben und mittlerweile einfach ähm wahrscheinlich wissen wie sie funktioniert geht gehe ich jetzt mal persönlich davon aus nur nochmal schnell wie viel müsste ich jetzt bezahlen wie ich es jetzt kaufen würde doch noch 1860 gut ja wenn ihr mögt es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Videos auf meinem Kanal nicht nur zu Star Trek Online sondern auch zu einer ganzer Menge anderer Spiele würde ich mich sehr freuen wenn ihr da mal einen Blick rein werft einesweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen